Hallo ihr Lieben, hier ist Trisha Gayler mit einem Video über den Coronavirus. Ich arbeite im Gesundheitssystem und fühle mich so ein bisschen auch verpflichtet, ein bisschen aufzuklären und die Panik zu nehmen und Menschen, die halt wirklich Angst haben, so ein bisschen diese Angst aufzunehmen. Ich meine, ich komme jeden Tag im OP mit Menschen auch in Kontakt, die was haben können oder haben kranken, auch generell. Und ich mache mir da keine Sorgen. Aus dem Grund, es ist eine Pandemie und ja, man kann daran sterben. Aber an jedem Virus kann man sterben. Und es betrifft eben auch, dass Menschen, die älter sind, das sterben, die schon Vorerkrankungen meistens haben. Was nicht bedeutet, dass es auch nicht mal einen schlimmen Verlauf nehmen kann bei jemandem, der gesund ist. Aber das kann eben auch eine Grippe, das kann jeder andere Virus. Man sollte Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bevor man einen Einkaufswagen angreift, bitte erstmal desinfizieren. Den Griff desinfizieren. Nicht zu nah an Leute rangehen, wenn ihr husten müsst, weil die Inkubationszeit dieses Virus kann bis zu 14 Tage betragen. Das heißt, ihr merkt nicht, dass ihr es habt. Kommt mit anderen in Kontakt und in den 14 Tagen seid ihr hoch ansteckend. Und die Pandemie hat noch lange nicht ihre Spitze erreicht. Also es wird weiter hochgehen. Je mehr Menschen infiziert sind, desto mehr Todesfälle wird es geben. Es sind etwas mehr Männer infiziert, weil die ein etwas schwächeres Immunsystem haben als Frauen. Und es betrifft eher auch ältere Menschen, weil dasselbe zutrifft. Aber eben auch bei uns in Deutschland wurde, glaube ich, ein Kind jetzt auch mit dem Coronavirus entdeckt. Also dass es das auch hatte. Also man ist nicht davor gefeit. Und einfach, also ich gehe halt so damit um, dass ich sage, wenn ich kriege, kriege ich es. Es bringt ja nichts vorher Panik zu haben oder Angst zu haben. Man kann es nicht wirklich 100% verhindern. Selbst unser Mundschutz im OP, der hat ja auch offene Stellen. Ja, das ist, es gibt vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, aber so 100%ig ist es halt eben auch nicht. Ich würde halt geschlossene Räume mit vielen Menschen vermeiden. Ich gehe in keinen Fahrstuhl im Moment zum Beispiel. Ich nehme lieber die Treppen, wer das noch kann. Wer es nicht kann, sollte vielleicht dann doch einen Mundschutz tragen oder sowas. Oder halt das einfach vermeiden. Ich glaube, dass das auch noch ein paar Monate anhalten wird, dass dann auch leider Gottes mehrere Menschen daran sterben werden. Die, die gestorben sind, hatten meistens schon Vorerkrankungen. Ja, möchte ich dazu sagen. Also es ist wie bei einer Grippe, wenn man eine Vorerkrankung hat, die gerade jetzt die Lungen, in dem Fall, die das betrifft beim Coronavirus, hat man schlechtere Karten wie jemand, der es nicht hat. Bedeutet natürlich auch dann nicht, dass es einen anderen Weg einschlagen kann, aber es muss eben auch nicht. Und man muss damit umgehen, wenn es kommt. Und man zieht es jemandem am Anfang einfach auch nicht an. Weil die Inkubationszeit, in der Inkubationszeit haben die keine Probleme. Und die laufen durch die Gegend wie der andere Mensch auch. Wo er eben keinen Virus in sich trägt. Und dann andere ansteckt. Deshalb denke ich, dass die Dunkelziffer im Moment sehr viel höher ist, wie das, was wir wissen. Wie gesagt, wenn man einfach Fieber bekommt, und sollte man zum Arzt gehen und das testen lassen, kostet ja nichts. Und dann isoliert man sich halt und tut das Richtige. Und es ist nicht die erste Pandemie und es wird nicht die letzte Pandemie sein. Wir leben in einer Welt, in der das Reisen einfach normal ist. Und auch in Ländern, wo die medizinische Versorgung vielleicht nicht so gut ist wie bei uns. Und man muss damit rechnen, was zu kriegen. Und wenn man, wie ich, jetzt im Gesundheitswesen arbeitet, muss man auch damit rechnen. Also vom MRSA-Virus bin ich auch nicht gefeiert. Also es ist, wie es ist. Man muss damit leben und man sollte keine Panik haben, weil man kann damit nicht verhindern, dass man es kriegt oder eben nicht kriegt. Und Angst braucht man auch nicht zu haben, weil jedes Jahr haben wir eine Grippe-Virus-Epidemie und die tötet viele, viele Menschen. Aber die haben eben auch oft Vorerkrankungen. Oder sind älter. Oder halt sind jung und haben Pech. Aber das ist eben das Leben. Wir sind eben nicht unsterblich. Und wenn man so gewisse Dinge einhält, wie gesagt, Einkaufswägen, die Griffe desinfizieren, in den Armen, wenn man hustet, wirklich in die Armenbeuge husten. Ja, nicht jetzt oder nicht unbedingt in die Hände oder sich versuchen, nicht ins Gesicht zu fassen, ein bisschen Abstand zu wahren. Und wenn man zum Beispiel hilft, große Menschenmassen zu vermeiden, hilft, halt wie bei einer Grippesaison. Einfach sich korrekt verhalten, gibt einem etwas mehr Schutz. Die Menschen, die daran schon gestorben sind, tut mir leid. Und ich hoffe, dass bald ein Heilmittel gefunden wird oder eben eine Impfung, die einem hilft. Wenn es halt nicht so ist, wird diese Pandemie auch vorbeigehen und die wird die Menschheit nicht auslöschen. Ja, und man sollte wirklich keine Angst davor haben, weil eine Grippe kann einen auch eben töten. Und die gibt es jedes Jahr, die Grippewelle. Also keine Panik machen. Es bringt eh nichts, wenn man es kriegt, kriegt man es. Und wenn man es hat, heißt es nicht, dass man gleich sterben wird. Das heißt nicht, man reicht dem Tod die Hand, wenn man den Coronavirus nicht einfängt. Ja, also gelassen bleiben, vorsichtig bleiben, gewisse Dinge einhalten, wie gesagt, sich Hände desinfizieren zum Beispiel öfter, nichts einfach so anfassen, sich nicht versuchen, sich nicht ins Gesicht zu fassen, große Menschenmassen vermeiden und locker bleiben, cool bleiben. Ich dürfte nicht mehr arbeiten gehen, wenn ich Angst hätte. Ja, also bei uns ist das gar kein Thema im Krankenhaus. Wirklich nicht im Moment. Also bei uns zumindest nicht im OP. Kann menschlich auch passieren, wie gesagt. Also ich bin auch nicht unsterblich. Aber damit lebt man halt. Wir sind Menschen. Und wie gesagt, es gab schon viele Pandemien in der Vergangenheit und es wird weiter Pandemien geben. Ich hoffe, dass die halt nicht so schlimm wird und dass Sie sie eindämmen können. Und mit der medizinischen Versorgung jetzt gerade im Westen und auch sonst wo wird das auch aufgerüstet, wird das auch wahrscheinlich eingedämmt, die Todesrate. Ja, die steigt im Moment an. Ist klar, je mehr Menschen infiziert sind, umso mehr werden noch sterben. Wenn nur 100 infiziert sind, können keine 10.000 sterben. Also an dem Virus, ist klar. Aber jetzt sind da 1.000 infiziert, gerade in China. Und für uns wurden sieben Fälle festgestellt. Ich bin mir sicher, die Dunkelziffer ist höher. Oft verläuft diese Krankheit auch eben sehr subtil. Ja, dieses Virus arbeitet nicht immer sehr aggressiv. Und wenn jemand an sich ein starkes Immunsystem hat und so, wird das vielleicht kaum, weiß ich nicht, vielleicht gar einen Husten kriegen oder so. Leicht, aber weiß ich nicht. Muss ich unbedingt schlecht enden. Also keine Angst haben und ein bisschen Vorsicht warten lassen, wie bei der Grippewelle. Gewisse Dinge einhalten. Menschen, Massen, wenn es geht, vermeiden, würde ich tun. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, keine Hand schütteln. Sagt guten Tag. Ja, man muss nicht unbedingt die Hand schütteln. Das machen die Chinesen und Japaner schon richtig dieses, ne. Verbeugen ist, glaube ich, besser wie jetzt hier, ne. Hand geben, weil dann hast du natürlich alles auf der Hand. Und man fasst sich auch unbewusst ins Gesicht. Also, wie gesagt, einfach gewisse Regeln beachten. Die Inkubationszeit kann bis zu 14 Tage dauern. Kann auch nur ein Tag sein. Wenn man Fieber kriegt, zum Arzt gehen, sich testen lassen, auch das Coronavirus. Wenn man dann in Isolation gehen muss, geht man. Und das heißt nicht, dass man sterben muss. Also das ist wirklich nicht daran gebunden. Keine Angst haben, locker bleiben, cool bleiben. Ich wünsche dir nur das Beste von Herzen. Und ja, wie gesagt, Panik machen bringt gar nichts, weil einfach, wer es kriegen soll, kriegt es. Und man kann es dadurch nicht verhindern. Man macht sich nur verrückt, bevor man es kriegt. Also, ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Und dass ihr das Coronavirus nicht bekommt. Und auch kein anderes Virus. Passt auf euch auf. Seid vorsichtig. Und ja, bis bald. Eure Trischer. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch, ne. Und keine Angst. Bis bald. Abonniert den Kanal. Untertitelung des ZDF, 2020